hi leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 22 wir spielen auf der frühling weiter das zusammen mit der graziösen stimme mine leute das hat schon wieder goldig gesagt ja auch wir machen mal wieder weiter heute ist samstag heute ist man ein offizieller nicht ostern tag kein gründer dass da oder karfreitag heute haben wir ganz normalen samstag deswegen leute geht noch mal in die läden kauft was ihr braucht weil die nächsten zwei tage sind tschuldigung die läden nämlich zu schluck auf ja genau wir werden hier jetzt gerade dabei also ich zumindestens gäste anzusehen wir ja schon seht ihr nicht zu übersehen und das liebe münchen wollte weiß genau ich bin auf dem weg wenn es gewaltig ist das ist ja das stand zum walzen kommen ja aber das ist eine walze auf welchem feldwischen du 12 geld er und tür was der traktor laute was hast du gesehen dagegen gefahren bin ich bin nicht dagegen gefahren da ja die videos sind vor produziert deswegen können wir auf irgendwelche fragen außer wenn außer wir schreiben zurück auf irgendwelche anliegen oder irgendwelche tipps im moment nicht reagieren aber ab sonntag ist alles wieder frisch und modern wie es von uns gewöhnt seid also der live stream definitiv und dann klappt wieder weil heute wenn ihr die videos seht sind wir nämlich nicht zu hause da sind wir nämlich bei verwandten ein bisschen grün ja und wer fleißig das video schaut der kann man schon mal instagram reinschnuppern ja genau wenn wir vielleicht noch was posten davon oder ja wer weiß wer weiß wer weiß der preis okay das war ein gequietsche gerade ich will sorry dumme angewohnheit quietschen also hier anfangen zu walzen ist eigentlich schlecht aber da muss ich noch mal drüber ja dass wir warte ich du hast du mich jetzt gerade glaube ich was gewartet schon gerade gewaltt eine bahn ja und die muss ich noch mal drüber weiter habe eigentlich noch nicht du kannst von von die aus rechts hinten kannst du anfangen also du hin hast du schon überall ja da hinten habe ich alles schon also auf der rechten ich habe gedacht du wäre ich neben von dir links nehmen und doch von dir ist es jetzt links links außen nicht direkt aus links außen also du hin hast du hin genau da habe ich schon alles andere ganz nahe nur anfangen um ja da wo du jetzt sind schon drüber gewaltt hast dann muss ich halt jetzt noch mal drüber ja kann schon machen ja das ist jetzt so drüber aber hier siehst du gar nicht ja ja und dann ist auch schon bald die osterzeit vorbei wieder fatzfatz vergeht die zeit auch mal wieder ja da hin ein wo zurück und dann lasse ich dich hier alleine und dann kannst du in ruhe das ist es nicht so vom weiten hat das komisch ausgesehen ja aus weil ich hier ganz am rand ja das muss passen recht das ist doof Ach, er reicht das ohne. Problem. Ja, funktioniert gar nicht so, wie ich will. In dem kleinen Rillchen-Dorweg geht es da und nicht großartig stundenlang hier rum anzwerken. Ich kann den Traktor auch mal wieder waschen, denn er lässt sich ja aus. Ja, jetzt nehme ich noch ein bisschen Saatgut mit, dass ich nicht noch mal hin muss. Und was ist jetzt, fünf, ne? Also, bitte. Auf elf fünf, jetzt weiter und über alles gleiche, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, ne? Bin ich auch. Da kommst du danach, dort musst du aber dann ein bisschen warten. Ja, ja, ich bin ja, ich hab ja hier auch noch ein bisschen. Du hast die doppelte Menge an Arbeitsbreite wie ich. Ich hab nämlich einen vier, du hast acht. Ja. 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 das hätte jetzt funktioniert wenn ich jetzt richtig am rand gewesen wäre himmel du kannst doch schon gut passt doch alles zu mir dunkel hier aber das funktioniert ist immer besser dann also meine eigene taktik raus wie ich das am besten machen kann und dann werde ich mich demnächst mal was anderes dran tragen demnächst mit gps oder sowas arbeiten ja aber das dauert nur ein bisschen nach der russern steht erst mal unser projekt da ja definitiv freue ich mich schon tierisch drauf nach ostern kommt dann unser fang dann unser großprojekt an dann gibt es die ersten folgen auf die ohren ja ja wo ich bin schon richtig heiß druch richtig heiß kann echt geil wenn gute leute bei demnächst geile truppe genau demnächst wird es auch dann dazu das werden wir euch noch rechtzeitig sagen noch eine homepage geben wo man dann auch sich erkundigen kann über neuigkeiten dann die mods die mit dabei fügen werden da eingefügt so nahe mit mundranen ihr könnt natürlich auch kommentare oder beiträge machen also verschiedene sache eigentlich so was ihr so gut an uns finden oder scheiße was wir verbessern könnten welche vorschläge ihr habt und natürlich wenn das soweit ist und die seite steht können auch bewerbungen für das roleplay betätigt werden deswegen ist jetzt vorerst mal nehmen wir keinen auf ins roleplay außer die die jetzt stehen und danach wenn das so ist könnt ihr gerne bewerbungen schreiben natürlich auch dazu schreiben was ihr so mitbringen könntet was ihr euch so gedacht habt wie eure rollen wären aber da sagen wir aber genaueres video und informationsmaterial zeigen wir euch dann noch wenn es soweit ist also es wird sehr interessant das kann ich auch schon besprechen es wird nicht langweilig und es sind Leute bei die echt es wird das größte projekt wo felserletzplay was jetzt gemacht hat mit anderen youtubeern mit partnern und ich bin da echt gut die truppe gefunden zu haben und das passt alles zwischen uns ach da steht es nun schon arbeit nicht hier machen aber wenn ich so ein bisschen mehr wie die hälfte habe dann kannst du schon mal loslegen jaja mach du nur machen du nur hoppla ach gott haben wir heute auch schon wieder so spät das ist ja verkloppt ja ne doch ach ach Jetzt kann ich eigentlich schon langsam loslegen, ne? Ich habe es vereinfacht, dass Farmen viel besser finde ich, wenn man weiß wie es funktioniert dieses Enhanced Vehicle, also ich finde es geil und es vereinfacht mir die Arbeit und ich kann endlich mal ordentlich in den Reihen bleiben, ich benutze auch die komplette Arbeitsbreite. Das ist dann immer kein Problem, damit gar die komplette Arbeitsbreite zu nutzen. Ja, morgen, Leute, gibt es einen Osterstream, deswegen schaltet schön ein, welche Karte, wir machen es immer noch unter unschlüssig, wir haben die Krellbach zur Ausfall und die Brandenburg, auf beiden Karten gibt es einen Hof, auf der Ehnen ist der Vorteil, da kann man mit größeren Traktoren arbeiten, auf der kleineren natürlich, mit kleineren Traktoren, ne? Die eine Karte ist etwas, etwas älter und die andere Karte ist etwas neuer, die Krellbach, deswegen, ja, wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben, wenn nicht, dann werden wir das entscheiden. Genau. Ne? Und dann, ja, mal gucken, der Wunsch mit den meisten Likes, oder, ne, der uns am besten gefällt, dann, der kriegt dann, ja, bei dem, ne, ja, wenn ich noch wüsste, was ich sagen würde, ne, und ich hier Ruhstotterität, wie so ein Anfänger, dann ist mir alles gut. Also, diese Karte würden wir dann zocken, Himmel, Herrgott. Jetzt haben wir es aber. Oh, zu geil. Ja, so richtig im Blackout gerade. Was? Hä? Bin ich hier am PC? Ja, so ungefähr. Oder bin ich im Bett? Oh weh. Nein, er hat noch kein Bier getrunken. Noch nicht, ne. Kommt nur auf, wenn das so weitergeht. Ja. Da, wo du stehst, ist nicht prächtig. Dann müsstest du ein Stück zurückfahren, bitte. Weil, da muss ich noch nicht wenden. Ein Stück zurück, ein Stück. Ja. Hopf, da gerade Baum. Entschuldigung, Baum. Eigentlich gut. Okay. Die Bäume können hier reden. Ja. Ein Baum fürs Leben. Das, ah, das war aber hart. Aber gar nix haarscharf, aber nett. Oh, 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 oh. Gefährlich, gefährlich. Blende die da hinten. Splende doch nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Geile ist an diesem Ding, ne, bei dem Fahrding, da kann man schön in der Innenansicht fahren, ohne dass man alle fünf Sekunden auch hingeschauten muss. Wenn das ordentlich hingestellt hat, und dann geht das. Ich stehe jetzt hinter mir. Du, dass du jemals sollt ab und an nur hin und gucken. Was hast du hier rumzufahren, wenn ich hier gerade fahre, hä? Walzen, Baby, walzen. Walz mal, Baby, walz mal. Was macht denn ihr so an Ostern eigentlich, Julius? Hä? Was gibt's denn zu essen? Ich bräuchte Osternbraten. Oder den Osterhasen zu essen. Apropos, du musst noch deinen Salat machen. Ah, jo, mein Tacos-Alat stimmt. Ja, mal eigentlich später. Kannst du machen, wenn ich die Folge auch. Ja. Zeig die mir schon, wann ich zu kochen habe, wann nicht, ey. Wird immer, ja, da wäre ich die ganze Zeit im Keller gefangen gehalten, wäre ich. Alle rum und ran, kriege ab und zu mal nur so ein Stück Brot reingeschmissen und ein Blas Wasser ins Gesicht geschickt. Und jetzt wäre ich ja noch versklavt. Äh, echt, Verschämtheit. Immer schlimmer mit der Mine. Ja. Immer schlimmer als mit der Mine. Und jetzt habe ich langsam. Wenn man nicht so frech, daher. Und ich bin dran. Du, er sitzt schon zu mir im Kacken. Na, ich guck was die, was die, oh, die sind die, sind die, sind die, sind die. Ja, das ist nicht unseres Welt. Weiß. in unseren leisten kann ich nur das ist das man ein bisschen kredit mehr machen nix kredit und wir sparen für das große grasfeld da kannst du noch so viel brauchen okay das hat man jetzt ja ja so und damit entlasse ich euch in den restlichen samstag du bist ja nicht dabei bis dann lasst ein like und abonnenten tschüss